Guten Tag. Guten Tag. Grüße. Wie geht's? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Habt ihr Sonne abgepickt? Ich ja. Du siehst so ein bisschen gerötet aus. Ich hab euch einen Dachstuhl gebaut. Seid ihr gut hergekommen? Ja. Nico hat nur die Sonnenbrille mit, weil Nico hat seine Brille vergessen. Das kann man gut machen, kann man gut machen. Das wird hier später totale Eskalation. Nein, John. Hey. Sascha. Sascha. Hat sich Powerpot gegen gemacht in eurem Auto? Guck mal hier. Die trainiert ist aber nicht. Sieht sehr rot aus. Das ist doch nicht witzig. Das Verhalten ist ein geiler Typ. Hallo. Hallo, ich möchte einen Brand melden. Ja, bei Eric Schorter auf der Haut. Er liebt die Sonne. Ich auch. Ich werde dunkelbraun und er wird hartrot. Ich rufe Gott bei Anthony an. Warte. Ich glaube er ist dran. Anthony? Is the paradise? Hallo? Ich sage, es ist okay. Ich bin doch ganz sicher. Wir haben schon ein Video, wenn jemand sich beschwert nimmt. Ist so, ist so. Olli, das ist das falsche Telefon. Gut, ich habe ja noch weder verandert Leitung. Bis dann. Ja, schau. Was denn nur? Komm. Irgendwann ist egal. Ja, sag mal erst mal. Hallo? Champagner wurde geliefert. Champagner wurde geliefert. Ah. Oh, ein Schmackofatz. Ja, den nehme ich wohl. Ne, ich wollte doch fragen, wer hoch. Wir schneiden das irgendwie. Ich zähle auf dich. Was trinkst du da für Wasser? Ich trinke es mit der Eiswaffe. Ist gut. Sehr gesund. Pass auf die Stimme. Trinkst du heute auch? Immer. Kann ich auch. Wow. Ihr hättet dich, kannst dir auch mit der Haare geben. Weiß jemand, der sagt, das ist viel? Ja, ist viel. Wir sind beim Ferdinand State. Haben mal wieder Videoleute dabei, damit ihr sehen könnt, wie Gleitsberg es ist. Und wenn wir die Jungs mögen. Also einen. Danke. Was willst du noch hören? Und jetzt geht's on stage. Oh, ab. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich hab mich verlaufen. Sind Sie gestört, aber... Geil. Es klebt ein bisschen an der Unterlippe. Ja. Ist doch schön. Ja, ist total toll. Also Eis kannst du revertraten. Oder? Danke. Danke. Wie fand ihr das? Ich fand's gut. Ist irgendwo geil, irgendwo ungewohnt, wenn du vom Helden ins Dunkel reinspielst. Stimmt. Wird das so, die Stimmung der Leute? Manni? Ich kann mich nur anschließen. Im Sondag das Fahrt, desto kleiner Fahrt ist.